Dann hoffen wir mal, dass die Kalypsos sich auch weiterhin gegenseitig wegen jedem Scheiß töten. Macht unseren Job viel leichter. War wieder mal ne Freude mit dir zu arbeiten, Schlitzohr. So treffen wir uns erneut. Ah, wie ich diesen Kunde... ...und seine süße, saftige Zukunft voller Bürgerbeneide. Die Zeit läuft ab, aber du darfst nicht aufgeben. Börgerlieferung! Scheiße, ja! Börgerlieferung! Scheiße, ja! Börgerung! 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 Oh, äh, da, da. Deine Zeit läuft ab! Beeil dich! Verdammte Frage! Ja! Denk dran, das Leben zu genießen! Ja! Ja! Ja, ja, liefere noch mehr Böge aus! Beeil dich, Kumpel! Hier kommt was! Er ist Engel reif! Sagst du, dass das jemand gesehen hat? Gut gemacht! Wir sind echt ein tolles Team, du und ich! Geh zurück zu meinem Schildhalter! Er gibt dir dein Geld! Komm schon! Wenn du gerade in der Gegend bist und Arbeit suchst, sprich einfach meinen Schildhalter an! Diese Sumpftypen kriegen gar nicht genug von meinen Bürgern! Ja! Du willst noch mehr Burger ausliefern? Super! Dann mal ran, treuer Lieferant! Demoliere alle Legacy Drive-In-Schilder für mich, wenn du Bonuszeit brauchst! Dann mal ran, treuer Lieferant. oft sind für mich, wenn du Gelände dich selbst an, das tatsächlich auch anfangen und Ja, ja! Du bist, ich bin...